So weiter geht zu Pokémon Platinum Enhanced ähm nach all den Parts wo ich mal wieder alleine gemacht habe habe ich mal wieder ein bisschen Verstärkung ähm geholt allerdings aber nicht im V5 PD und TK weil die beiden sind spurlos verschwunden, nicht wahr? Ja, leider Gottes. Hi Leute, der Freaky hier Genau, Freaky Freak Tendo Freak Tendo, wuhu Ja, wir sind hier in der Liga und äh, wir haben unser Tohaido wirklich nicht trainiert, ich habe mir neues gefangen natürlich weil das Wesen nicht gestimmt hat hat, so und zwar ein hartes Tohaido auf Level 58 ich kann das, ich kann das euch mal schnell zeigen ein hartes Tohaido ist halt schon ein bisschen heftig ja, wenn du mal überlegst ja, mit Spitzname U-Boot ich fand das einfach geil ich find's geil, ich find's geil, U-Boot ja, du hattest den Spitznamen wohlgemerkt äh, erfunden ja, ich fand's halt geil, U-Boot so, der erste Top 4 Trottel ist äh, Aaron, also äh, der, 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 der Käferschwanz Herr Baro äh, so heißt, um ja, genau, in den Geschmesser, Aaron super so, das erste Punkt, was sein setzt, ist ein Pinsier ein Pinsier ja, genau so vorgesagten Wonderkiesern noch angestellt und stets mal direkt fliegen, nein und ich werde es auch wieder so machen Wonderkies von Mann, da mein Nacken, ja, genau wo es wollte direkt Gelatine machen oh, 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 oh wir sind mir getroffen ja, also auf jeden Fall schaffst du da so vor, dass ich jedes Mal nach einem Topf 4 Mitglied den Papp Bände ja, bringt uns gut, da haben die Leute was zu kommen genau so, wenn sie mal Schwertanz ja, super und ich mache so was, um das besiegt stimmt ich ja, hm, hm Klammer One-Hit pass mal auf, hey bestimmt ist es so ein hartes Pinsier mit Seidenschall noch als E-Firm und dann halt einmal Schwertanz und dann Klammer und vorbei na genau, und jetzt kommt ein Drey Pion äh, also ein Pion Draghi Drey Pion Draghi hat er sogar sogar auch in der normalen Platinum ja genau, aber hier ist es auf Level 63 genau, gut 10 Level über den normalen ja, einfach so ja, es sind ja nur 10 Level und natürlich geht die Fliegenattacke daneben der Eiszahn geht auf voll in die Eisen was für Wondercase eigentlich schon gut game heißt, oder? genau mit einem Volltreffer so, auch mit einem Volltreffer ja so, äh, was soll ich jetzt einsetzen? genau, schmeiß mal von Mark nach voraus rein und gucken, was wir so machen könnten wir sollten aber eigentlich Vorteile haben ähm, der Gift und mich mag nach voraus so, sollte eigentlich da schon was rocken können ja so, so, so schwächenmäßig du hast keine Bodenattacke zufällig mit MagnaVors drauf, oder? ne du kannst Pion Draghi mit einer Bodenattacke voll das Genick brechen ja, aber leider habe ich keine Attacke bis dahin, von denen ist BAM an den Kopf so richtig rum, dann knackt bis richtig dann fällt dieser komische Insektenkopf einfach ab genau ja, auf jeden Fall, ähm der Kick macht nur Kreuzschere, also von daher sollten wir eigentlich ganz so Angst haben vor diesem Fisch naja, ist die effektiv der Attacke bestimmt der Traufe, weil Eisvermacht nichts aus und ich denke mal, der hat bestimmt eine Giftattacke drauf und da lacht halt leider, ähm MagnaVors drüber ja eben auch die Spiele sein Spiele also, ok aber Drake hat sich geheilt, aber das Spiel ist sofort eigentlich gar nicht so viel, äh was hat mehr Schaden gemacht, als ich gedacht habe, so zu sagen ja, es hat ein Erwartung übertroffen genau was uns ins Wort ist, so, und jetzt haben wir das Charge so wieder den Pinch-Bereich bringen dann ist glaube ich sie, und das tut es auch Drake und down down, 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 down und jetzt kommt ein Scherox da schmeißt ich mal Lokal rein eine Lokalienbefeuert hat eventuell ne leider nicht, aber, äh, wir könnten es mal als Aurasphäre versuchen mit mal kurz Schwächen von dem Scherox Feuer auf jeden Fall der Feuer ist die einzigste Schwäche wirklich hm aber Gambert haben wir noch ganz gut reinkloppen machen wir es einfach mal Aurasphäre das zieht etwas wie etwas mehr die erste Hälfte ab und es kommt mit einem Eisenschädel was wir können auch ganz gut wegstecken könnte genau tut es auch eigentlich ja, hallo, steigt die Stahlkampf Pokémon gegen Mittenstall-Attacke getroffen ja, ok so, nächstes Aurasphäre bringt den tot mit der Tod kommt nicht alleine richtig so, jetzt haben wir noch ein Scherox besiegt und jetzt kommt ein oh, von Weißen von Weißen hehehe ha-ho, oh nein ah, was wollen wir denn da das ist einzigste Weikersche Turokof, was der auch hat so, wir tun dafür mal unser Dingsbund, so ein Schweißen-Srijelman Manyak, ich bin gespannt, was kommt Level 60, ok, med-ior mes-schirft sondern auf dem Metronom man eine Eisenabwehr darfst du die Feuer, Elektro, Eis, Flug oder Gestein, Attacken mit Einzelnern Klug oder Attacken nicht mehr heißt es hat mich schon wir warten ab am besten an dieses Schlagbefehl ist das eine physische oder spezielle Attacke das war ich gar nicht Schlagbefehl Schlagbefehl, ähm, das ist ein Schlagbefehl er ist ein zum Ende, ey, das booset sich voll auf jetzt mal ist es auch noch eine Steinpolitur ach so, also, also erst mal schön Verteidigung hoch und dann noch mal sich also speziell, ja? was sein, physisch na ok, dann boosch kann ich das Schild aufbauen das würde ich schon noch nicht aufbauen, aber eh nicht und jetzt kommt es mit Spiegel der Salve, toll da hat Magna Forst das Vorbild ja, warum nicht komm, mach es doch genau wie bei Volker hau mir deiner K.O. Attacke drauf obwohl, bei Westme Queen könnte es eventuell ein bisschen blöd werden nein, das hört sich nicht toll an Finale Finale zu früh du bist kein Todesblock ja ok ich erinnere nur bloß immer einen Todesblock Explosion, Finale Abgangspunkt bestimmt auch noch ja, jetzt speichern unser U-Boot rein und jetzt kommt ein Amaldo Amaldo äh, Wasserfall natürlich, ja, äh, Kaskade Wasserfall, du mal Wasserfalls ja, das Ding heißt ja Waterfall ja, da will ich denken, man hat dann ja, aber Amaldos halt aber Amaldos überhaupt kein Grundproblem findet, also das ja, es won't down ja, hallo, du hast auch gerade so'n physischen äh, das gerade so'n physisches U-Boot rumst... rum... ja, das ist auch ein physisches High-U-Boot-Ding ja, genau und wir haben gewonnen das ging ja recht flott ja, genau nein, noch stellen unsere Fischer gehen in die nächste Raum genau, wir müssen zweimal belieber verschwenden, aber wir haben eigentlich wie viel belieber, aber über 20 Stück und ein Top-Belieber auch noch das hat reichen man hat ja gut trainiert ja, genau ich find die Musik, äh, voll geil ja, wir sind gerne gut ich fand die Kampfmusik bei Herrn Hans immer recht geil ja, das war eine Kafka-Koryphäe ich fand die mal saugute Kampfmusik, weil sie einfach immer voll abging so, wir gehen mal im nächsten Raum gucken, welchen wir als Gegner haben wenn ich mich täuschen, müsste das die Olle, die alte Olle sein ja, genau, die Theresa genau, und hier werden wir pausieren im nächsten Part kämpfen wir gegen die alte Olle haut rein tschüss wir gehen ja, wir gehen ja, wir gehen